Dass das neue Dessau auch in der Forschung, wenn überhaupt nur als Randnotiz auftaucht, zeigt die Macht dieser auf Gropius zurückgehenden Polarisierung des Denkens. Die Pannensiedlung Törten ist heute Weltkulturerbe. Zibig, das man ja auch als Wiege des Urban Gardening betrachten könnte, im besten Fall ein Thema für Lokalforscher. Selbst Leopold Fischer wird, wenn man sich überhaupt an ihn erinnert, zum Lokalmatador zurechtgestutzt. In der Fachliteratur wurde er kein Witz, selbst in solchen Büchern vergessen, die sich vergessenen Architekten widmen. Ein Chefzeichner, der nie die Gretchenfrage stellte. Mitte der 50er Jahre schrieb Dora Fieger, die Frau des Architekten Karl Fieger, einen Brief nach Amerika. Darin ließ sie Walter Gropius wissen, dass sie und ihr Mann oft an die schönen Zeiten am Bauhaus denken und kein Tag vergehen würde, an dem sie nicht über ihn, den fernen Freund, sprechen. Frau Fieger vergaß auch nicht zu betonen, wie sehr sie sich freuen würde, wenn er sie noch einmal besuchen würde. Dazu ist es nicht gekommen. Karl Fieger starb 1960 in Dessau, wo er mit seiner Frau, der ehemaligen Sekretärin von Gropius, in dem von ihm selbst entworfenen Haus gelebt hatte. Dessau lag nun hinter dem eisernen Vorhang in der DDR, war also schlecht zu erreichen. Und Gropius, der in dieser Zeit zwar häufig aus den USA nach Deutschland kam, hatte wie immer viel um die Ohren.